Ein Nersquacken willkommen zurück zu einer weiteren Folge King of the Hill hier im Tempest neben mir wieder mit dabei, ihr seht schon am Namen der liebe Race Der kam jetzt unerwartet Ja, das war meine Begrüßung Was, ich bin Rang 2? Ich war doch Rang 3 Warte mal, was hab ich jetzt überhaupt für eine Waffe? Nee, du warst Rang 2 Nein, ich war Rang 3 Ich war Rang 3 Und wollte mir gerade neue Waffen kaufen Neue Dingens hier Aufsatz und sowas kaufen Und das abspeichern Und dann war der selber da Wahrscheinlich Hat er es deswegen auch nicht gespeichert Kann sein Ah fuck Gerade ich habe wieder N gedrückt Wieder blind Das ist so dumm So Warte da Okay Nee schon gut Hier rechts auf dem Gebäude Ist bestimmt jemand drauf Das klingt zumindest so Auto 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 kaputt man Hast du jemanden gesehen? Nee aber die Schüsse kamen Von dem Gebäude Ähm Ich würde sagen Wir stellen uns hier rein Ab geht's Der Heli alter Der ist auf dem Krankenhausdach Ausgestiegen Achtung hier kommt ein Fahrzeug Ja Okay Das ist unsere Okay wir stehen hier aber Ziemlich Kacke ne Ich bin nicht bad ja Aber ich gehe jetzt hier raus Lauf da hinten auf den Hügel Und versuche den auf dem Krankenhausdach zu finden Das ist jetzt mein Ziel Ja aber pass auf ne Ich habe gedacht auf dem weißen Haus hier ist auch einer drauf Welch im weißen Haus? Hinter uns das Achso das Achso das Dann halt du das mal im Blick Und ich gucke aufs Krankenhausdach Na 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 Sag mir du einen siehst Weil ich sehe hier keinen Vielleicht habe ich mich auch geirrt Geirrt Na ich sehe bis jetzt noch niemanden Ja aber gelandet ist der Heli ja dort ne Jo ist er auch Ich habe den Typ ja auch gesehen Ich weiß nicht wo der jetzt hin ist Nach am landen Hm Ne Na 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 Hö das kann ja auch gut sein dass der runter ist Ach Ach Bin grad Aber im Krankenhaus sind ja auch Leute von uns drin ne Ne Na das stimmt schon Bin das hier auch bei dir Im anderen Haus Sieht man keinen eigentlich Ne Ich sehe auch auf dem weißen Haus niemanden wo du gesagt hast Nee, das meinte ich ja gerade. Da sehe ich auch niemanden. So, okay. Oh, da unten war einer auf der Straße. Wo? Links neben dem Krankenhaus. Links neben dem Krankenhaus? Ja, der hat sich verzogen. Wo, auf Krankenhausgelände oder? Nee, in die Straße rein. Aber der ist jetzt irgendwie auch weg. Okay. Der auf dem Dach soll sich zeigen, ey. Wenn der noch da ist. Der ist doch einer auf dem Dach. Wo noch? Man sieht den da voll. Ich sehe niemanden. Wo denn? Boah, ich sehe den, aber ich komme von hier aber nicht so, dass ich auf dem Ziel hin kann. Wo denn? Wo denn? Wo denn? Wo denn? Ach, da! Jetzt sehe ich ihn auch. Ey, mein ist am Schnaufen wie so ein König, gell? Schön. Oh, ich habe ihn gekillt. Oh, ich habe ihn gekillt. Ups. Scheißabschlauber. Ah, jetzt ist aber einer auf dem weißen. Das ist aber einer von uns. Merken? Ja, das ist einer von uns. Ja. Ich hatte am Anfang leider Dauerfeuer und zack. War nicht so genau. Und dann wollte ich auf Einzuschuss stellen, hatte aber keine Luft mehr. Aber außer Puste. Hä? Schüsse? Ja, von? Weiß nicht. Auch nicht. Was? Und wo? Was? Was? Der schießt aber auch von oben. Der unserer auf dem Dach ist tot. Unser auf dem weißen Dach ist down. Oh. Da gehen die runter. Der wurde vom Flugzeug, äh, vom Flugzeug genau. Der wurde vom Krankenhausdach runter geschossen, glaube ich. Echt? Ja. Der stand halt so weit hinten, dass wir den noch nicht sehen konnten. Aber der hat den auf dem Dach schon gesehen. Oh Gott. Sag mir doch, dass du hinter mich läufst, ey. Ich strebe mich gerade um und kriege da volle Herzkasper, ey. Scheiße. Ich glaube, ich bin hinter dich gelaufen. Ja. Kannst du jetzt auch sparen. Boah. Gott, ey. Ich strebe mich nur mit dem Hock da hinten. Ich lauf jetzt mal nach rechts, da hinten zu der Rauchwolke, weil da ist ein Heli runtergegangen. Oh, hier fährt ein Strider. Oh, solange der da nur fährt, ist mir das Wurst. Ich würde es interessieren, wo der andere auf dem Dach ist. Ich würde es interessieren, wo der Heli runtergegangen ist. Also mich interessiert der Heli jetzt nicht mehr. Oh Gott. Oh. 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 Wo ist das? Keiner. Und hinter uns macht es auch. Brrrrp. Ich steck mal so ein bisschen in den Hügel. Vielleicht sitzt da wieder irgendwo ein Strider rum. Oh, ich sehe jemanden. Ich sehe jemanden auf dem Hügel. Den siehst du nicht. Ich weiß noch nicht. Ach, da neben bist du. Wer hupt hier? Oh, hier kommt. Panzer? Hier ist einer rausgestiegen. Panzer? Ja, ich weiß. Der hat wie so hinten dran gehangen, ne? Ja. Und dann stand er kurz auf der Straße und hab ihn umgebracht. Ja, ich hab ihn leider nicht gesehen, aber du hast ihn ja gesehen. Sehr schön. Wo stehst du hin? Ah, oben ist wieder einer. Ah, hab ihn! Ah! Auf dem Hügel war einer. Wer ist grad? Äh. Und noch einer! Was geht? Ihr Noobs! Neben mir lädt einer nach. Neben dir? Er ist ziemlich... Bist du immer noch in den Stein? Ich bin jetzt bei dir. Ich bin jetzt auch an den Stein. Irgendwo direkt hier neben mir hat einer nachgeladen gerade. Ja, ich hab's auch gehört. Da ist ein Hedi. Hinter uns kommt Panzer-ähnliches Ding. Hört sich zumindest grad so an. Ey, meine Stats sind grad positiv. Nice. Ja, meine noch lang nicht. 3, 10. Ja, aber jetzt 18, 16. Ja. Na gut, ich hab ja auch eben noch kurz gespielt, wie du noch weg warst. Da neben! Neben, 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 neben! Hab ihn. Du hast ihn. Nein, ich hab ihn. Penner. Ja, ja, ja. Glaubst du schockst mir alles ab, oder was? Nee, ich dachte du wärst gestorben, deswegen. Ja, ja, ja. Die Schnauze, ey. Wollt doch wieder her. Das ist ja aber ein Drecksaktor. Aber der stand hinter mir. Ich hab nur mit alt, hab ich den am Anfang nur gesehen. Jetzt hab ich mich einmal gehealt hier. Alter, was war das für ein Penner? Kommt der von hinten? So ne Scheiße steh ich ja gar nicht, ja. Hahaha. Ich würd sagen, wir move'n hier, also wir move'n hier, ja, wir bewegen uns mal ein bisschen weiter. Ich schieß grad da oben, ob die zweite von Heli ausgestiegen sind. Ich hab leider nicht gesehen, wo der Heli gelandet ist. Äh. Nordosten. 40 Grad ungefähr. Ah, ja. Bringt nix. Du hast keinen MECO. Du siehst den natürlich gar nicht. Ich seh den auch grad so. Boah, alter. Lauf mal runter. Wupp. Was ist das? Was ist das? Ifrit glaub ich. Das ist der Ifrit, ja. Lauf mal rüber zum Krankenhaus. Ah, da ist noch einer von uns. Ja. Wuhu. Kommst du auch rüber? Ja. Fuck, der Ifrit sieht mich. Nein. Hide. Hide. Woah, Schiss auf uns. Von wo? Happen. Woah. Der, der auf uns geschossen hat. Da ist aber noch einer oben. Wo denn? Wo denn? Wo denn? Das war über uns. Auf diesen Felsen. Ah, ich seh's. Das Problem ist, wenn ich mich jetzt zeige, der Ifrit ist gerade hinten. Das wird... Scheiße, wir sind voll eingekesselt. Ich weiß was. Ich hab keine... Ich hab meine Granaten nicht. Ich hab meine Granaten nicht geladen. Ah, da seh ich. Der Ifrit ist da jetzt gerade. Ich hab den Typ über uns. Ja, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Der Ifrit ist hier neben, wenn der Typ aussteigt. Der ist ausgestiegen glaube ich, oder? Boah, ich muss mich heilen. Der ist ins Geschütz. Über uns ist noch einer. Über uns ist noch einer. Direkt über mir. Hab ich nicht gesehen. Ich hab nur seinen Schatten gesehen. Aber egal, ich bin Level 3. Ich bin Level 3. Ich kann jetzt neue Waffen kaufen. Bzw. Aufsatz glaube ich, ne? Nein! Wo war der? Der war direkt über mir, oder? Ja, nein. Der ist... Der ist schon wieder zu mir gesneakt. Aber ich hab ihn halt gesehen. Und dann hab ich gezielt und hab einen Millimeter zu tief gehabt. Nein! Voller Stein geschossen. Aber ich bin Rang 7. Yay! Ich bin fast Rang 4. Rang 3, MK 20. Was ist denn das für eine? Ja. Die ist nicht so gut. Sehr gut, sagt er. Ich behalte lieber die Katiba. Ich würde erst mit der MX wechseln. So, ACO-Visier will ich aber drauf. Wuh! MXM! Haha! Ja, ich weiß. Hab ich gerade schon gelesen. Rauchgranate kann ich kaufen. Was kann ich noch kaufen? Ich will den Schalldämpfer. Junge, dann geht's ab, ne? Ja. Wenn ich den Schalldämpfer hab, dann wird geregelt. So, warte. Ausrüstung speichern. Sehr schön. Und wir gehen jetzt wieder zum... Boah! Rang 18. Spawn Truck. Rang 18 muss ich haben. Kommst du zum Spawn Truck? Ich muss erstmal Magazine kaufen und Aufsatz kaufen. Und... Granaten kaufen. MRCO. Mein Lieblingsvisier. Na, wo ist es? Oh, als kann das nicht speichern, aber ich keinen Platz hab. Da steht ein Fahrzeug. Ich will halt jetzt nicht loslaufen, bevor du nicht da bist. Ja, ich komm gleich. Äh... Merceo. Okay, ich lauf los. Ja, mach. Nein. Mach einfach hinne. Ja, wo sind die Granaten? Mach mal so, als gings um Leben und Tod. Ja. Um dein Leben oder mein Leben? Äh, meins. Was? Okay, dann lass ich mir um die Zeit. Ah, ich kann mir erst den Facts kaufen. So. Hahahaha. 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 Nein! Nein! Was? Ich hab die falsche Kiste angeklebt. Spawn Truck, alter Yolo. So ein Scheiß! Hä, warum? Was hast du gemacht? Ich hab doch die MX gespeichert. Ja. Hab mir grad die MXM geholt, das geholt, das geholt. Ja. Achso, machst du aber nicht auf Speichern, sondern... Hahahaha. Hab ich die Ladenkiste gedrückt. Hahahaha. Hahahaha. So. Bitter, bitter. Bitter. Wo sind wir denn jetzt, alter? Ah, das regt mich jetzt ein bisschen auf. Aha. Ja. Hier deine grad Weapon Mode geswitcht, hast du auch gehört? Ja. Ich seh hier einmal niemanden den... Ich hab auch grad Steps gehört. Ich hab nochmal um Weapon Mode Switch gehört, aber... Keine Ahnung. Den hab ich jetzt nicht gehört. Kann auch sein, dass der Sound einfach bisschen buggy ist. Ich glaub eher, dass der buggy ist. Genauso wie das mit dem Nachladensound von ihm. Kommst du hier ins Haus rein? Nein, ich bin nicht zu dir. Oh, ich bin auf die falsche Treppe. Upsi Daisy. Hi. Mach der einfach die Tür auf, wenn ich hinten dran stehe, ey. Das geht bei dir. Naja, irgendein muss ja... Ablenkung sein. Boah, boah, boah. Wir sind wieder direkt vor uns. Waffen Modus? Ja. Hab ich diesmal nicht gehört. Scheint die Luft immer rein zu sein. Boah, ich lieb dieses Sitzen, ne? Wenn du so... ...X drückst und dann noch einmal runter gehst. Ja. Das liebe ich voll. Das ist so geil. Und einfach so niedrig sitzen. Ne, hier ist keiner. Wo ist der Heli? Direkt über uns. Fuck you Heli. Oh Gott, ey. Hört immer auf zu schießen. Ohne Vorwarnung. Alter. Alter. Wo bist du denn hin? Ah, wir sind zwei Heli über uns. I know. Du siehst meinen blauen Punkt. Ich sehe ganz viele blaue Punkte. Ich weiß nicht welcher du bist. Der linke. Hast du den nachgeladen? Nein, aber ich hab's auch geladen. Ich dachte das wäre der andere. Ja. Ups. Ciao, look auf. Na? Ja, hallo. Das ist wieder verpackt. Hier laden wir den Side-Leute nach. Ich glaube einfach, dass das mit dem... Dass dieser Ton einfach viel zu weit gesendet wird. Also dass der Radius von dem Ton einfach mega groß ist. Ja, aber der ist dann auch nicht leise. Das ist ja das Problem, ne? Ja. Oh. Ne, der ist kein Typ. Da vorne ist das Krankenhaus. Da ist einer drauf. Da läuft einer. Den leider nicht. Gehen wir hier in das Haus. Hallo? Da ist schon wieder Weapon-Mode-Switch. Hast du's gehört? Ja, diesmal hab ich's gehört. So, Krankenhausdach. Da hab ich auch jemanden nachladen gehört grad wieder. Ich auch. Und jetzt schon wieder? Ja. Das ist halt voll buggy. Aber hier haben wir leider keinen guten Blick, ne? Lass mal ein anderes Haus suchen. Geht. Es geht, ja. Auf dem Marktplatz steht ein Ifrit. Ähm, Strider. Da, 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 da. Okay, der Heli landet da. Ich schieße. Da unten ist auch jemand ein Fenster drin, ne? Ich hab den aus dem Heli gefassen. Ja, da ist jemand drin, nice. Gut gesehen. Ich hab grad die Treppen runtergelaufen. Ja, ich weiß, ich seh noch nicht mehr. Aber hier vor uns in dem Haus sitzt anscheinend jemand drin. Also den aus dem Heli hab ich rausgeballert. Das war richtig gut. Ja, den in dem Haus seh ich nicht mehr. Aber hier in dem Haus, neben uns, könnte eventuell jemand drin sein. Meinst du? Da wird doch auf jeden Fall wieder nachgeladen. Ich schlade jetzt nach. Guck mal rein. Hallo? 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 Geh auf. Hallo? Ne, hier ist niemand. Hast du nachgeladen? Oh Gott. Ich hab nicht gesehen, dass du schon rein bist. Ich bin nämlich von der anderen Seite rein. Du hast gesehen. Hallo? Ich bin hier. Ich seh den auf dem Krankenhausdach. Gib mir kurz Deckung. Na, ich will auch mal kill jetzt. Penner. Ja, dann kill du den doch. Schieß doch drauf. Ja, aber hier links in dem Gebäude sind auch noch welche. Und ich seh den grad nicht mehr, weil der hinterm Baum ist. Hab ihn auf dem Dach. Ja, schön. Man sieht aber leider den in dem Gebäude nicht. Ja, aber einer von uns ist ja schon drin da. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Ja, lass mal hier hinten dann einfach weiterlaufen. Waren die Schüsse gerade auf dich? Hallo? Hallo? Nein. Ne. Langfass du. Alter, das ist so verwirrend. Ich hör schon wieder Waffenmords. Bitch. Wollen wir jetzt den Strider nehmen? Oh fuck. Von wo? Von wo? Ich hab keine Ahnung. Ich wollte mir den Strider klauen. Ich weiß nicht von wo. Wow. Von hinter mir. Was? Wo kam der Penner denn her? Das ist voll die Trap, ne? Mhm. Sag doch. Aber das ist richtig mies, dass man die Sounds von überall hört. Obwohl sie da gar nicht sind. Ist richtig komisch. Ja. Hm. Hallo? Jetzt. So, gespeichere Ausrüstungladen. Spawn Truck. Aussteigen. Action. Action. Ich hör, das macht richtig Laune. Ich rush jetzt einfach. Ja. Ja, aber die Waffe am Anfang ist so ein bisschen, hm. Ich find die Katiba nicht auch schon so geil. Ja, die ist ganz cool, aber. Weiß nicht. So eine MXM. Ah, ist halt schon geiler. Ja. Mehr CO. Hoffentlich hab ich jetzt genug Platz noch. Natürlich nicht. 9mm weg. Den Schmarrn braucht doch keiner. Ja. 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 Ich kann mir diese Rennfahrer-Helme holen. Mit Level 6. Die sind ja total kacke. Aber was sollte man die holen? Die sind ja so voll Tarnfarben mäßig und so. Ja. Ja. So, auffälliger geht's halt nicht. Richtig. Mal checken, was ich noch so Neues hab. Mhm. Wo ist die Granate? Okay, ich weiß, wo hier einer ist. Da, Mini-Hand-Granate. Äh, Mini-Granate. Okay. Mini-Granate. Wo bist du? Da. Noch einer. Zack. Okay. Nicht laden. Ausrüstung. Speichern. Der, der Jake hab ich gekillt. Aber der hat auch im Voice-Chat noch mit seinen Mates geredet. Du hast ihn gekillt? Ja. Okay. Brawnshock. Ja, der hat mit seinen Mates hier in-in-game geredet. Wo bist du da? Ich bin ziemlich recht. Ich bin, wenn du vor dem Haupteingang in diesem, von dem weißen Gebäude stehst. Das mit dem hohen, langen, flachen Dach da, ne? Äh. Rechts davon, sozusagen. Okay. Ja, dann müsste er dann hier irgendwo sein. Aber hier muss irgendwo noch ein Typ sein, deswegen bin ich hier grad so ein bisschen sneaky. Was bist du? Ein bisschen sneaky bin ich. Achso. Weil hier noch irgendwo ein Typ sein müsste, weil der ne Maid oder so Bescheid gesagt hat. Wenn du jetzt auf das weiße Haus zuguckst, steht dann links von dir jemand? Ja. Okay, dann weiß ich, wer du bist. Ich bin jetzt quasi von deiner Sicht aus links an dem Haus dran. Hm. Ich schlade grad nach. Toll. Was denn? Es war richtig laut. Für mich war es richtig leise. Ich habe es fast gar nicht gehört. Ich habe es mega laut gehört. Ich bin jetzt in dem Haus drin. Ich bin hier hinten dran. Oh, wo ist denn der Typ? Der soll dich mal zeigen hier. Typ ey, zeig dich mal. Nein. Ich bin nicht in dem weißen Haus. Ich bin weiter, ne? Oh. Ja, doll. Geh jetzt trotzdem hier hoch. Ist okay. Dann komme ich halt auch. Da, ich fange an mich zu bewegen. Zack, höre ich wieder überall irgendwelche Leute nachladen. Und... Lass mich mal um das wechseln. Ist ja direkt da neben mir. Ja, ja. Laut meinem Ton hat grad links neben mir einer nachgeladen. Aber da kann ich mich irgendwie nicht darauf verlassen. Während ich mich bewege, lädt überall irgendjemand nach. Ja. Jetzt lade ich grad aber unter dir nach. Ja, das war sau laut. Ich hör das selbst sau leise. Weißt du aber, wenn Leute Kilometer weg sind... Ja, das war dieses Katiber nachladen. Es schnallt am Ende nochmal so. Geh aufs Dach. Du gehst aufs... Oh, ich bin schon Rang 8. Ich bin Rang 4. Ja, aber das geht. Wenn du bis heute die neuen Waffen hast, geht das sau schnell. Ja, das ist so. Wenn man sich ein bisschen eingelebt hat und auch... ein gescheites Aim hat, dann können wir hier richtig gut leveln. Glaube ich. Okay, ich seh den... Ifrit am Krankenhaus. Ist auch auf dem Dach. Okay. Ne, ich komm jetzt aber hoch. Okay. Dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum. So. Elfen-Kränken-Hells ist gähner. So, ist gäh noch. Geh. Ist gäh noch. Nehmen wir die... Mein-Arsch-Kratz-Haltung ein. Hö, warum hab ich denn keinen? Wat? Ich hab gar kein Visier. Das merk ich aber eben erst. Ich hab's aber mit Visier abgespeichert. Dann hat er's nicht gespeichert. Das ist doch voll kacke. Jetzt seh ich ja wieder nix. Streiter. Bin schon wieder blind. Von hier hinten kamen Schüsse. Ich wollt's auch grad sagen. Irgendwo hinter uns, ne? Wiggle, wiggle, wiggle. Oh, ich seh'n Sniper. Wo? Auf... 60 Grad. Aber der ist ganz, ganz weit weg. Den siehst du auf keinen Fall. Das sind sogar zwei. Naja, die seh ich nicht. Vor allem, weil ich die Visier nicht hab. Aber ich hab einen auf dem Krankenhausdach gekillt. Ich würd gern sehen, wo meine... Oh! Ah, jetzt kriegt er Schiss. Er trennt da. Hahaha. Yes! Lol, unten fährt ein Quad. Wo ist das Quad? Ich lad grad nach. Ja. Wo ist das Quad hin? Sehen meine Schüsse wieder nicht. Das ist voll doof manchmal, gell? Ja. Ah, ich hab ihn aber scheinbar getroffen. Er regt Panik und rennt rum wie so'n Idiot. Ich muss mich irgendwo... Ich muss irgendwo hingehen, wo ich mich hinlegen kann, dass ich ihn trotzdem treffen kann. Aber dahinter. Hier unten ist jemand, unter unserem Gebäude. Ach, so geht's. Ah. Ah. I got this. Nice. Ah reingekillt. Jetzt einfach mal so'n bisschen Sperrfeuer. Ich wurde von dem getroffen. Auf dem Dach ist einer. Welchem Dach? Der Krankenhaus. Zwei Leute sind da. Schießt du auf die oder schießt du noch auf den anderen? Ich schieß grad noch auf den anderen. Aber ich wechsele jetzt das vier ums Krankenhaus doch. Aber die können mich nicht treffen, weil ich liege. Das ist ganz schön gemein grade von mir. Der Ball hat mit seiner Saphir. Geil! Er kann mich... LOL! Der Sniper hat mich gekillt. Mies. Ja. Scheißdreck. Aber der ist an der Saphir. Gibt einfach Sperrfeuer. Heli über mir. Nein, 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 nein. I don't like this. Wo bist du? Die zielen beide auf mich. Ich bin immer noch auf dem Such. Ach du warst gar nicht tot? Nö. Loll. Ich dachte du wärst gestorben. Nope. Ist ja gut. Ja, aber die zwei zielen auf mich und ich konnte die irgendwie nicht... Loll, der macht wieder Saphir Dauerfeuer Action. Ach du hast es dann auch gesehen, ne? Der ist richtig mad der Typ. Hahaha. Das gibt's doch nicht. Ich treff da keinen. Aber warum hab ich doch kein Visier dabei? Das ist doch richtig mies. Richtig dumm, ja. Da seh ich halt generell schlecht, ne? Na jo. Logischerweise. Und hier wirft einer die ganze Zeit Nades hoch glaube ich. Oder versuch's zumindest. Bisher ist noch keiner oben angekommen. Scheiße. Bist ganz gern, wo die Granaten hergekommen sind. Hergekommen? Ich kann da nix für. Hahaha. Ja, ich würde sagen, die Folge ist auch wieder vorbei hier. Was? Auf dem Dach gefangen. Aber ähm... Ja. 1,3,5 Minuten. Oh lol, das geht voll schnell rum. Mhm. Aber wir können ja noch einer machen. Klar. Easy. Befreie dich jetzt. Ja, genau, mach mal. Äh, genau. Aber eigentlich ist es gar nicht so schlimm, wenn es sterbt. Dann kann ich mir nämlich meine Aufsätze holen. Aber Level 5 will ich noch sein. Dann krieg ich vielleicht schon irgendwas Neues. Ja, die MX. Glaub ich. Oh yeah. Okay. Mit 5 nicht. Doch. Nee. Keine Ahnung. Was jetzt? Naja, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen hoch da. Ich verpasst ja, weil dem Ray noch mal einen kleinen Klaps auf den Hinterkopf. Und ähm, dann sehen wir uns übermorgen wieder. Bis dahin. Macht's gut. Ciao. Was jetzt? Bis. Bis. Bis.